ARD Text im Auftrag von Funk Wie gestern, ne? Wie bitte? Wie gestern, ne? Wie gestern. Ne, heute läuft's besser. Aber wie gestern, ja. Ja, 100%. Gleicher Plan wie gestern, nur heute. Gleicher Plan wie gestern, nur heute läuft's besser. Wir gehen sofort um aufs Schiff, Jungs. Sofort. Könnt ihr gleich wieder Metz holen? So Steine und Bäume. Achso, ja, natürlich. Ich bin jetzt hier durch mit dem Ding. Ja, du kannst mir, ich glaub mir das auch selber. Oh, shit. Okay, das war's. Erste Gegner hier. Oh, 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 oh. Komplette Eskalation. Oh, 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 oh. Ach, Mann. Ich überlebe halt noch alleine. Mach weiter. Mach Alarm, Dion. Alarm! 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 Machst den Gegner auf, äh, schauen auf. Ja. Was macht man? Oh mein Gott, was hast du denn mit der MP aus der Distanz? Oha. Rückzug. Das ist kein MP, so schnell. Einfach weg. Oben in die Kanone. Du musst die Zip line hoch, dann in die Kanone. Lass ein Jumpett links. Lauf einfach. Lass gut sein. Du musst hier drücken einfach. Ihr habt ja auch das Spray. Alles gut, Jungs. Und ihr habt ja auch noch Flopper. Du musst drücken, du musst drücken. Nice. Ja. So, jetzt ist die Frage. Die Zone ist ja direkt schon hier. Wohin? Komm, zu mir. Komm, zu mir. Noah, Noah, zu mir komm. Noah, zu mir komm. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Schießt in den Kopf. Oh mein Gott. Ich bin einer. Ja, gut. Warum machst du zu? Ich musste. Ich war low. Sorry. Ich war durch. Komm mit. Gigant. Ich sehe nicht. Von Wernwo vom Dach. Also von diesem ganz weit oben. Alles was? Was soll ich dem Flopper nehmen? Oder hast du da ohne Spray irgendwo? Ja. Über das Spray oder Flopper? Ja, ich hab's bei. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Okay, dann hab ich mit. Ja, ja. Du könntest gewählen. Ich brauch dich hier mal. Ich fuhre von irgendwo gesnabt, aber komplett random. Wie ganz hast du noch ein Medi? Hast du noch ein Medi? Äh. Ne, ja. Keinen. Hab ich nicht. Ich hab Schaden gemacht. Ich seh doch auch gar nichts. Ganz Schaden machen. Da vorne. Da vorne. Rausgucken und Schaden machen. Wo ist der? Ich bin tot aus welchem Grund auch immer. Das leckt halt einfach nur noch. Ach du Scheiße. Hat halt null Sinn. Ja, Bruder. Autos explodiert. Keine Ahnung was abging. Sorry. Hä, was ist das? Was denn? Hä, Bruder. Was macht ihr denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Warum müssen wir hier ein Zelt? Ach, wir dürfen das gar nicht. Ja, ja. Ich geh das Auto holen. Kannst du zum anderen Ausgang, Noah? Ich sprint jetzt erstmal zum Auto. Ja, du kommst zu mir. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Fahr, 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 fahr. Ja, alles gut, alles gut. Noah, anderen Ausgang, Noah, anderen Ausgang. Jetzt. Okay. Anderen Ausgang, Noah, hier hinten, hinten, hinten. Hab jemand nen Headshot gegeben. Du bist der Beste. Aber trotzdem anderen Ausgang jetzt. Ja, ich komm. Sollen wir nicht hier reingehen und spielen? Ich sprint durch. Muss ja auch Aussicht beweisen. Ach das Ding nehm ich nur mit. Die Zeit muss sein. Geinschein, 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 geinschein. Okay. Das ist glaube ich ready und so. Guck nach hinten und schießen. Mit Eier, mit Eier. Genau, genau, genau. Ja, kaputt die Karne. Wir sind die Besten, was wollen die denn von uns? Wir gehen auf den Hügel und müssen hier kurz. Und jetzt attackieren wir die, weil die alle 50er Schild weniger haben. Wo sind die? Die sind unten links, am Baum, am Baum, am Baum. Mach den Baum kaputt. Ah, nicht gut. Da links ist auch noch einer. Nein! Du musst weg hier. Du musst weg hier. Weg. Es sind zwei Teams, keine Chance. Ein paar Sekunden später. Sehr stark. Richtig. Nichts von dir. Ich bin jetzt sick. Den musst du kennen. Das ist schaff, das ist anders, das ist Waste. Was ein Aim. Du willst eher in der nächsten Zone machen. Ich bin hier. Rebootbus. 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 Stark gespielt, deswegen. Ah, der Controller. Keine Chance. Egal, das hast du gut gemacht. War closed. Nicht schlimm. Hier ist ein Gleiter. Rechts von uns. Ja, alles gut. Ja. Warte. Ich baue hier was. Ist hier vorne direkt. Ihr müsst jetzt Schaden machen auf Regnen. Alles gut, alles gut. Hab schon, ersten Hits. Alles nice. Genau, also weitermachen. Was? Zu mir kommen. Warte. Was mies auf Toilette. Ganz schlechter Zeitpunkt. Das ist wirklich schlechter Zeitpunkt. Egal, ich halt das durch. Bin drin. Los geht's. Jetzt raus. Nur raushalten. Ja, hier, jetzt schießen. Den Pi raushalten. Sehr schön. Ich sehe doch auch nichts. Das ist gut, wir müssen überleben. Wir müssen das Auto hinmachen. Nein, nein, nein. Wir haben das Auto verloren. Wir haben uns verloren. Oh mein Gott. Tod. Oh mein Gott, Digga. Muss durchziehen, egal was passiert. Ich hilf dir jetzt bei dem. Aber erstmal ein Mini, sonst kriegt er mich sofort zurück. So, jetzt wird das Praet. Achtung. Bitte schieb mal um. Aber vorne. Wir müssen das hier nehmen. Wir müssen das hier nehmen. Okay, warte. Warte mal. Steigt mal aus. Wir sind weg. Wir sind 100 Pro. Das ist nicht so effektiv. Ich habe einen gelegt. Hinter uns, hinter uns. Clem hier. Der ist hier. Ja, tot. Oh, da ist was hier. Wo hinter uns? Woher kommen drei Leute, Bruder? Na Gott, wie wichtig. Versuch trotzdem Tone, vielleicht. Oder? Da geht mir Maximum. Stand ab, hier. Ich habe wieder. Mann, ich kling aus. Ich habe wieder Stand ab. Stahle, er kann nicht sein. Stahle, Bruder. Stahle! Stahle! Zollt das! Oh. Hier sind Spieler oben. Was? Nein. Ist das ein Spieler? Ja, das ist ein Spieler. Für euch? Ja. Bogen ist ein Spieler. Macht richtig Alarm. Okay, das hat keinen Sinn. Ich hatte nur Fernkampfwaffen. Ja. Ach, meine Fresse. Ach, Mann. Ich will nicht. Wirklich. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Die sind bei dir. Ja, was willst du machen? Ich habe keine Alkampfwaffe. Schein. Perfekt. Die Läufe ist für wir sind. Ja, später. 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 Warte. Warte. Ich hatte eine Schrotze. Ich habe sie nicht gesehen. Egal. Ihr lebt noch. Alles gut. Okay, Jungs, ihr fliegt hier zu dem Haus. Oh, mein Gott. Gigant sitzt nicht mehr im Stream. Du kannst es nicht wieder mehr halten. Bitte nicht. Wollt ihr aufbrechen? Nein, er ist ja da. Der Mann muss sich befreien. Schnallt er das? Gigant, bitte. Ich zum blauen Haus. Warum lebe ich wieder? Ja, blaues Haus. Blaues Haus, bitte. Ich bin unter der Brücke. Komm dahin, dann können wir uns heilen. Nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Es wird weitergeschoben. Jetzt sind die gebumst. Bitte nicht. Lauf, bitte nicht. Das kann nicht sein, ihr Schweine. Okay, ihr wollt Stress, ihr kriegt Stress. Warte. Ja, was willst du? Ja, was willst du? Was? Dich hole ich noch. Dich komme ich holen. Was ist los, Kollege? Oh, nee, das ist jetzt zu viel des Guten. Ich war kurz in meinem Element. Licht an der Cola. Oh, mein Schade. Oh, schade. Oh, yes. Sis ist ein guter. Also, MyFlo. Nee, ist gar nicht cool. Wir werden von Wölfen gejagt. Hey, woher kommt denn dieser Kerl? Kölb jetzt, Bruder? Was ist das? Wollt ihr mich verarschen, Bruder? Warum werde ich jetzt von Hunden angegriffen? Es reicht doch irgendwann, Bruder. Jeden Tag kommt irgendwas Neues. Woher kommt diese Malle-Musik jetzt auf einmal? Was ist das? Hä? Ey, wollt ihr mich alle verarschen? Jetzt mal ohne Witz. Woher kommt die Malle-Musik auf einmal, Bruder? Woher kommt der Wolf? Jetzt kommt zu mir. Ey, jetzt mal ohne Witz irgendjemand träumt mich doch. Irgendjemand sporn doch hier Sachen. Ich brauch deine Hilfe. Die ganze Zeit random. Du musst mich abholen. Die Viecher jagen mich. Ja, Bruder. Was soll ich denn tun? Bitte, bitte. Bitte, hilf mir. Ey, ich fick doch die Viecher. Was machst du denn da hinten? Ich fahr weg. Ich wurd von Wölfen verfolgt. Komm jetzt rein in die Karate-Bierne. Wollen wir vielleicht noch... Neue Auspuffanlage mit Klapp hinten einbauen. Lass uns hier nochmal kurz darunter zeigen. Ja, aber... Ah! Ey, Bruder! Fahr bitte einfach. Fahr, bevor ich in diese Tanker einfahr und uns umbringe. Bitte, steig ein. Fahr einfach. Los! Fahr, sonst kommt das Viech doch. Fahr einfach. Ja, korrekt. Mein PC ist auseinanderge... Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Was heißt rotes Ding auf dem Kopf? Es gibt ein Team, die kann... Das heißt regeln. Ja, ja. Guck mal die an, Bruder. Die kommen hier entlang. Komm zu mir, Gigant. Hör doch auf! Äh! Okay. Adios, amigos! Ich mach mich aus dem Staub. Geh in den Tresor. Wo ist der Tresor? Hab ihn. Hier ist Tresor. Ich fühl mich hier sicher. So, hier fühl ich mich sicher. Tresor ist doch eigentlich ein sicherer Raum. Es geht... Dafür gemacht. Probier... Probierst du viel, ähm... Was sagst du, zu der Methode? Voila. Weichheit. Wie verweist du einfach zum... Äh... Geh wieder... Geh wieder zur Treppe, ohne vorhin warst. Äh... Was war das? Wie komm ich jetzt wieder zurück? Du musst wieder runtergehen. Du bist ausgesehen in die Toilette. Okay, warte mal. Was machen wir am Schluss? Scheiß, Drecksäcke! Drecksau! Das war so dumm. Diese Scheiß-Toilette. Ich bin so gebrochen. Warum setz ich mich auf den Pott? Woher wolle ich wissen, dass ich da auf einmal in der intergalaktischen Schüssel sitz? Ich bin auf einmal im Scheißhaus und rutsche einfach durch den Pott durch. Woher willst du das wissen? Bis zum nächsten Mal. J tailg Team- Ja. Bis zum nächsten Mal.